ja irgendwas bestand davon wegen sound probleme oder so okay und jetzt leckt es mega jetzt geht ich habe es mir nicht genau durchgelesen weil ich direkt wieder erreicht haben wollte also eventuell haben wir in der folge keinen Ton ja es ist okay können wir auch nächste Folge dann machen wir jetzt einmal hier mal gucken was ist jetzt hier zur Probeaufnahme Alter Alter ich kriege den wieder weg Aua Alter kann nicht wahr sein nein ich brauch den du hast mich reingeschubst ich brauch den trotzdem oh nein nicht von mir oh wie er da kam es ja einfach da kam es egal erst mal letzter Supreme Void alles klar das ist Supreme Junge Jungen das ist Supreme das ist einer von Global die n Gaming ja ich habe nur kein Boost für die nächste sensitive Oof alles klar wir sind doch da Da kommt keiner, da kommt keiner, da kommt keiner, da kommt keiner, da kommt keiner. Wie ich das auch gesehen habe in der Camp, guckst du dir das an, da kommt mir noch reingeflogen. So, Alex, ne? 2 Minuten, das sind schon knackige Gegner, das muss man mal sagen. Ja, nicht mehr so postihaft wie davor. Ja, aber es ist auch nicht so, dass sie jetzt fehlerfrei spielen, ne? Ne. Da muss man natürlich auch dazu sagen, weil das war jetzt gerade ein Rechenloup-Play von denen. Oh, 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 yeah, man! Easy, sehr schön. Lol, wie bei mir der Ball in unser Tor geleckt hat. Ja, 2-2. Eben, aber ich muss sagen, es sind schon knackige Gegner. Knallige Gegner, alles klar. Ja, knallige auch. Ja, die knallen auch richtig rein, Junge. Ich hab ihn gedreht. Ja, da zieht man. Deswegen ist er vorher vor dem Ball, ey. Lol. Ich hab mich geopfert. Ja, ist okay. Ich hab ihn noch ein bisschen zu tun, Junge. Nein, ich hab den Bus klauen. Alles klar. Aua, 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 aua. Hast du was verfahren? Ja, du musst vorher dann. Ja, ja! Es kommt keiner hin, es kommt nicht. Nein. Ich wollte jetzt schon wieder was beleidigen schreiben, aber ich lande das mal lieber. Oh, lol. Oh, Gott, ich hab ihn rausgeschossen. Irgendwie so ein bisschen. Mach ich wenigstens selber den Tor. Fick nicht. Das kriegst du nicht. Schade. Alex. Ja. Ach so. Ich dachte gerade, du wärst ihn ja abgekackt. Nee, nee, nee. Alles gut. Alles gut, okay. Alter, alles klar. Gott. Alles gut, ne? Hast du den? Ja. Oh nein, sorry, 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 ich bin nicht reingesprungen. Ja, der geht daneben, alles gut. Ja, aber danach, ne? Alles gut, noch? Alles gut, noch? Alles gut, noch? Alles gut, noch? Alles gut, ne? wenn jetzt gar kein kultur mehr machen wie gott da kommt noch mal das geht im verlinkt alter ja die machen das auch so dass dass er immer nur einer fährt von denen es geht noch mal ich glaube ich habe bockert vorgleich jetzt schon auf zu schubsen alter alter ja mein freund jetzt kommt ja jetzt nicht so eine oh no please please geben ja ich bin bei deren tor ja machst das kurz ja ich glaub schon wohl 3 nicht da hält er war aber war bei sti war zweimal sagen waren wir wünschen ja da ist aber auch für drei lang wieder leute egal wir machen direkt das nächste das war mal nur mega an lucky das stimmt wohl vor allen dingen weil ich dachte ich könnte den irgendwie zurückballern nicht dass er direkt in die mitte fliegt das wäre eigentlich der halb unglücklich machst du nix da machst du einfach gar nichts alles klar aus man hat da ohne spaß bei wie viel promille hat er seinen namen geschrieben im märkten ar-halter an einem fach 1 ich hatte gleich weil ich habe die gleiche wir haben einander gepumpt und karten Ja, jetzt schnell! Ja, wie ich genau flähe! Geh in deinen Bus, danke! Woi. Woi, woi, woi! Er fliegt ja mal schön, ne! Ja, ist so. Aua! Ah, Alex hat den. Ja, fuck, nee, nee. Nee, nee, ja, da geht er im wenigstens hinterher! Ja, ich warte doch, was die da machen. Witz, ey! Was die da machen, dass du den mal schon 10 Mal holen könnt, ey! Nein! Alter. Ja, guck mal, hier, da. Ah, hier ist da nix von. Nee, noch nicht. Oh, oh, oh! Äh, nicht mehr die aufs Dach gepackt, mehr er dritte gewesen. haben wir uns jetzt auch gerade in der Elo gestuft? ja! oh Alter, das sind aber gerade was ordentliches gekommen jaaau haaahahahaha ach herrlich herrlich oder ist das bayerisch Alex, du bist ja hier so unser Bayern-Typ Dieser Feuerwehr hier, ist er bayerisch? Leckerische Feuerwehr Leck mich am Sack Oh, oh, oh Ja, alle im Zähnen Oh, oh nein Alle im Zähnen Hehe Alter Möbele 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 Noch nem halbemst Boah, ich fliege Du machst das selber nach vorne, signed Ich bin selber nach vorne After Trailer 걸 Oh! Oh! So Alex! Mirusloff! Mirusloff! War auf jeden Fall klost! Mirusloff! Ja! Waaah! Das kann nicht wahr sein ey! Guck dir da nicht an! Ich sag komm komm springst du einfach mal rein ja! Wunderschön! War echt wunderschön! 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 Alles klar, die fahren auch weiter! Ich hab das Bully verloren, tut mir leid! Das war eigentlich ein Safe-Win! Alter! Haben jetzt erst gerade unsere Elo noch runtergestuft ey! Da komm ich rüber zu gucken, die beiden Wäden mal ein bisschen mit drin! Alter! Easy! Okay! Jetzt kann ich anfangen easy zu schreiben ey! Hihihi! Aber guck ich, ich wär ja auch da gewesen! Ja das stimmt! So ständig! Aber ich hab dir auch alles vertraut! Alles! Ah! Da ist die Alex! Alex! Mach das mal wieder! Ah fuck! Oh, das klingt meistens nicht so gut. Alles klar. Oh, schade. Ja, nochmal bei dir. Alter, easy, wie mich beide gerade outplayed haben. Oh, loll. Alles klar, dann nochmal in der Mitte. Alter, oh, loll. Das ist wieder so ein Ball, da könnt ihr ein Tor geben, ey. Nee. Aber geht nicht. Bitte, gönn mir auch eins! Gönn mir auch eins! Oh. Ja, komm, man, die verkackten sehe ich. Nee, ich bin da. Händs aber auch von verkackt, glaube ich. Nee, ne? Ich glaube, mein Kater hat gerade... In der Aufnahme, du! Das riecht dir nach Katzenfutter. Das ist nicht gut. Hört man das auch in der Aufnahme? Nee. Boah, nee. Warum nicht? Boah, alter. Das stinkt übelst. Alter, nein, es kommt zu der Aufenthalt, alter. Weil ich auch schließlich weiß es noch nicht, ich habe nur gehört, wo... Und jetzt nichts mehr. Jetzt riecht. Ja, er macht doch noch ein Tor. Ja, wohl, easy. Guck mal ganz kurz, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da hab ich die noch aufnahme sind, alter. Ob die, ob... Boah. Boah, das kann doch nicht fahren, Alter. Moment. Die waren noch kurz die Runde zu Ende. Boah. Ja, das riecht mir noch kurz. Hui! Wenigstens noch ein paar Punkte mitgenommen. Ja, dann... Vielen Dank schön fürs Zuschauen. Ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss!